Red Bull Salzburg blickt nach dem Meistertitel bereits nach Europa, Rapid mit einem Comeback-Sieg in Graz und Red Bull-Star Max Verstappen fährt auf Ferrari ab. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen aus dem KRONE-AD Sportstudio. Red Bull Salzburg bleibt im österreichischen Fußball das Maß aller Dinge. Am Sonntag fixieren die Mozartstädter mit dem 3 zu 0 Heimsieg gegen den TSV Hartberg den siebenten Meistertitel in Folge. 13 der jüngsten 14 vergebenen Trophäen gingen an die Bullen. In den vergangenen sieben Saisonen wurde nur der Cupsieg 2018 verpasst. Der Jubel nach dem gestrigen Sieg war natürlich riesengroß. Dem Anspruch nationaler Dominanz wurde Salzburg gerecht. Nun richtet sich der Blick wieder nach Europa. Ende September warten die Playoffs um die Teilnahme an der Champions League, bei der man wie im Vorjahr dabei sein will. Rapid hat sich im Kampf um den Bundesliga-Vizemeistertitel zwei Runden vor Saisonende wieder in Pole-Position gebracht. Nach dem historischen 2 zu 7 Heimdebakel gegen Salzburg kann man diesmal auf positive Art Geschichte schreiben. Erstmals seit 35 Jahren gewinnt Rapid nach einem 2-Tore-Rückstand noch. Nach einem 0 zu 2 zur Halbzeitpause gegen Sturmgraz gewinnt man am Ende noch mit 3 zu 2. Am Mittwoch kommt es zum Schlagerspiel gegen den Lask. Rapid hat derzeit ein Plus von zwei Punkten, sollte der Lask nicht nachträglich vom Schiedsgericht noch welche der vier abgezogenen Zähler zurück erhalten. Die Linzer müssen sich am Sonntag dem WAC mit 0 zu 1 geschlagen geben. Im Paschinger Stadion schießt Torjäger schon Weismann die Kärntner mit einem verwandelten Elfmeter spät zu internationalen Ehren. Die viertplatzierte Truppe von Ferdinand Feldhofer ist im kommenden Jahr somit erneut international vertreten. In der Formel 1 hatte er nach wie vor einen Vertrag mit Red Bull. Privat wird man Max Verstappen aber künftig wahrscheinlich öfter in einem Ferrari sehen. Um genau zu sein in einem Monza SB2 im Wert von Schlappen 1,6 Millionen Euro. Ein netter Spritfresser, für den sich übrigens auch Fußballstar Zlatan Ibrahimović entschieden hat. Das Gefährdat 810 PS ist in zwei Sekunden von 0 auf 100 kmh und erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von knapp 300 kmh. Laut der italienischen Tageszeitung Gazetto dello Sport muss sich Verstappen aber noch etwas gedulden, bis er seinen Ferrari erhält. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.